Moin Leute, hier ist Josi von Outlet 46.de und heute habe ich den Rebook Classic Leather Herrensneaker für euch. Der Rebook Classic Leather hat ein sehr hochwertiges Obermaterial aus Leder für spürbaren Komfort. Der Schuh hat auch eine abrückfeste Gummisohle für Traktion und Strapazierfähigkeit. Außerdem wird der Schuh optimal gedämpft durch die EVA-Zwischensohle. So Leute, jetzt folgen noch die On-Feed Aufnahmen. Das war's von mir. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.